oh bei nacht schon wieder so ein ding hier vorne was den ding knödel wasse dunkel Ach lol Ah nur ein Ziel Leute er ist schon hier Der ist schon hier Ja dann schnell Mach das Clou noch schnell einsammeln Wenn er da noch rankommt Ja ich renne rein Dann mach ich den schnell Kannst, kannst, kannst Dann drin Wo ist er Oh Oben ist er Shit Wo gibt's denn hier nach oben Hier Hängt Weiter hängt Dritter hängt Musst du weg sein Jo Ah scheiße genau in der Tür Ja zünd mich halt nochmal an Ich schläg hier gleich mal ne Falle ne Jo Das ist Ich kann ja überall reinkommen Ich glaub nicht fein Ja Das ist Die werden jetzt hier gleich alle kommen Die werden jetzt hier gleich alle kommen Ich hab auch draußen schon zwei Fallen gelegt Ja passt auf nebend fest dann Ja wir können ja hier unten direkt bleiben Ja Wir müssen noch ein Tag Feuerfest Braucht er nicht? Ja 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 Ernsthaft Bist du wieder in deine eigene Falle gelaufen? Nein Das war nur eine Oh Green Süden Also wo ist die Heilung? Hier ist Heilung Hier gibt's nochmal links Braucht nicht Da ist Heilung und Die sind noch mal Fähigkeiten Also wenn ihr wollt Ne ne Ich kann gar keine Fähigkeiten mehr tragen Ich hab den voll Komplett Hier ist noch mal Geld Geht mal ruhig Die sind jetzt glaub ich gleich da Na ich heiße auf jeden Fall Ich glaub ich auch Ja Hier 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 bei mir direkt Versuch's durch die Wand zu schießen Ich hab ihn nicht getroffen Ich muss mich heilen Kompass Kompass Hier ist nun unten einer beim äh Putcher Na dann sammeln doch das Bauen die einen Ja der ist grad Feuer Und der guckt genau dahin Auf 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 Ok Da brenn die auch gleich Ja mach mach Ah looten wir vorher Cool da wegen den Event punkten Ich seh gar keinen mehr. Was? Die kommen hier mal runter bitte ein. Gegenüber den. Was sag ich mal? Gegenüber das Clou. Gegenüber? Das Clou. Das Spouty kann ich nicht, das brennt alles. Nein, kannst du, kommst ran. Gibt dir noch einer zum Looten? Nee, abgefackelt. Okay, hab ich. Hier ist noch einen Maden, meine Katte abnehmen. Soll ich jetzt noch mal gucken? Ja. Nee, wir sind wirklich alleine. Okay, dann be careful, hier ist eine Falle von mir, da ist eine Falle von mir. Ja, ich bin gerade in eine reingelaufen. War der alleine, oder was? Könnte Baller gewesen sein, oder? Ja. Ja. Ist das denn immer noch safe? Naja, da müssen wir mal gucken am Ausgangspunkt. War das jetzt nur ein Gegner, oder irgendwie waren das? Ja, es war nur einer. Immer noch safe. Ja. Warte mal, ich guckte wieder mal noch. Hat wohl noch keiner Bock gerade zu spielen. Ja. Ja. Wie ist das für dich? Ja. 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 ich meinst du entscheiden also ich bleibe jetzt auf elf ich mache glaube ich gut dann nicht mehr in kraft oder 50 zu spüren nur wegen den perks halt nur dass du halt wirklich das was du haben möchtest ich hab jetzt auch wieder 250 ne hat nicht ganz gereicht 48 ist er nur 10.000 manni